Na alle zusammen, ich bin jetzt wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Opening machen. Heute das erste Mal mit der Kiste aus Patch 8.1 und wir gucken mal, ob wir schon diese neue Ressource aus der Kiste rausbekommen. Denn man soll ja quasi jetzt mit dem Azerithändler hier mit der Ressource auch Azerith Schultern, Kopf und Brust kaufen können. Und ich würde sagen, ich mache mal eine Kiste auf. Ich habe gestern Abend extra noch eine Zehner, oder ja doch, es war ein Zehner, bin ich gelaufen, um dann nochmal was rauszukriegen. Und ja, ich habe, wenn wir hier mal gucken, 60 von diesen Marken bekommen. Und ja, damit könnte ich mir dann theoretisch was kaufen, wobei das noch nicht ganz langen wird. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zum kleinen Händler, der sich quasi einmal hier unten befindet. Und da können wir diese Marken einmal umtauschen. Aber wie gesagt, da schon mal ein Video gemacht. Jetzt gucken wir mal, was wir rausbekommen haben. Ich habe meine Hose rausgekriegt. 3,80 mit Vielseitigkeit Tempo, aber die ist glaube ich nicht besser. Ich habe eine 3,90er, obwohl, also um mehr Vielseitigkeit zu kriegen, wäre sie vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich muss ja immer ein bisschen gucken, dass ich meinen Buff hochbekomme, wobei das wird auch nicht reichen. 571 und hier habe ich 1000 Tempo, ja gut. Ja gut, also da werden wir leider nicht hinkommen. Ja, ein ganz nettes Ding, das können wir gleich mal eigentlich entzaubern, weil ich da leider jetzt keinen Vorteil rausziehen kann. Ja, schreibt mir mal rein, was ihr so bekommen habt. Und vor allem schreibt mir mal rein, wie viel ihr von den Marken bekommen habt, die ich nicht aussprechen möchte, weil ich es nicht drauf habe. Titanenresidium, heißt das so? Titanenresidium. Ja doch, irgendwie so. Irgendwie sowas. Wie viel ihr bekommen habt, wenn ihr in den höheren Key gelaufen seid, sagen wir in den 13er, 14er, 15er, was in die Richtung. Mir wurde nämlich gesagt, man soll eigentlich für euch jetzt gesehen in der letzten Woche einen höheren Key laufen, um möglichst viele zu bekommen. Konnte ich mich nicht aufraffen, aber wie gesagt, zumindest ein Zehner. Gut, das war es mit dem kleinen Opening. Mich würde auch noch interessieren, was ihr so rausgezogen habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 .